ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen gameplay hier auf meinem kanal ja man heute haben wir zwei gäste dabei die sind noch nicht alleine sondern mit steve und manuel sag mal hallo hallo alter was mit dem flugzeug hey lol ja man heute mal zu dritt am start hier letztens war ich ja mal alleine aber jetzt werden wir die welt ich treffe hier nicht ich treffe hier nicht oh mein gott oh panzer kommt und ich verstecken da ist wieder einer da ist einer und ich glaube die ganzen kills hier ja genau alter ich hab alter lieben so dass ich weiß wo man handy mal wieder ganz ruhig manuel ganz ruhig ich hab keine wochen auch ich euch mal wieder zu zäh rein ich bin wieder tot ich gehe einfach da hoch wo ich immer bin und jetzt wenigstiger setzten ich hab keine wochen auch ich euch mal wieder zu zäh rein macht euch hier macht doch keine umstände gar keinen sinn wie konnte ich jetzt sterben ich hab mich ja nicht mal erwischt komm hier bis zum panzer kanaden jetzt bin ich endlich hey komm das ist doch lächerlich oh mein gott der ist einmal vor mir gespawnt dieser hund das sind seitdem war da ein sniper da verfickter panzer kill mich auch noch ja gucke ruhen wir überall hier weiter leute ich könnte sie sehen die morgen hier abrasset abrasset ausrastet und die waffe ist voll egal die martini henry brauche nicht so gut schön gold gucken sie mal an hier da hat sich immer zu eh oder das ist sinnlos was ich hier mache steve 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 ohne der kill mich glücklich ich verstecke ich mal hinter jeder leichter panzer auch eh das war eine weg der wird mir scheiße ich treffe die nicht das ist jetzt hier bauen immer noch kein kill alter das ist das noch ein mann ich treffe die einfach alle nicht ja 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 hier ich habe jetzt schon kein wo kommen wir sind da seht ihr leute mal einfach ganz viel ach ja kommen einfach aus dem nicht auf einmal oh mein gott wie schlecht mein gott mein gott ich bin dazu gut soll ich hier noch abgeschossen von gar nicht und alle ich war gar so ich jetzt kann ich bin ich bin sie drinnen erinnert entriegeln bitte nach hohen hat er ist hier am Dingswerse und kämpfen ein eine hohe alter verräter ja hh 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 Jani hör auf hh 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 ja ja ich bin echt tot ich war genau vor ihm heute eigentlich da wo ich immer liegen ist es lebt ich bin wirklich geil ich habe immer so gut oder war er aber die wir können mal sehen mal sie von jürgen sich anstieg nie wundern man hat die stadt doch gerade mal 2 er hat zwei zu neun ist die karte karte von heute kommt so wo denn so er hat man das hier ein lustig ich hab keinen bock ich habe hier nur vorhin nicht für so abgegangen ich wort aufnehmen aber nein ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich kenne ich sterbe ich kenne ich sterbe und immer so weit er ist schon wieder erschießen hier auf mich wir schießen da wo ich sie nicht weil das auch mal shit worte körper sind nur sniper hat und kämpfer und der körper braucht doch gar nicht und die körper gar nicht hier ist einer ich habe so angst dass ich den kill oder das noch einer und ich noch jetzt heute der schon tot oh man ich bin jetzt dort ja super einfach und man kann es auch zu sieben ist ganz gut sag 1907 jeden schluss alter das als man 3 2 3 zu 11 wo ist klug gemacht von den typen aber nur am campen schon wieder muss nur da oben liegen und keiner muss mich sehen erst mal damit ich schön da oben bleiben so ähnlich das neidlich interessant mal interessant und das um erst und weil ich ja nicht mehr überlegen ich wollte ihn überlegen ich wollte ihn überlegen überlegen wir wie hier alter ich gerade kurz davor und das von gm und dann wird ihn ja nicht mehr ja nicht mehr nein also wir tun ja wieder beliebt und gestorben weiter geschieht die ganze zeit da draußen ja 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 jetzt gibt es auf der jungen hallo wochen jetzt erreichen wir schaffe ich jetzt scheiße leute es ihnen unterstützt ja tschüss hier steven ich wurde von links ich habe ihn gerade im visier und dann wird es abdrücken ehrlich jetzt ich bin richtig reanimierer hier ich bin ich ich bin ich liegt hier irgendwo jawohl was er wollte wie weg wie ich geflogen bin hier oder ist einer ich kann den killen sie pass auf das ein ich bin ich wieder warte ich komme ich komme jetzt kommen wir hier rein und das geht schon um super muss das sein gegner und nein bitte nicht verschwendet es ist verschwendet mann und hat es steht gleich doch gleich siehst du mann auf mann aufs tut und eben wieder so ist man mit meiner liebungswaffe ein liebungswaffe ist richtig bombe waffe endlich ist automatik automatik oder kampf aber nur nahkampf aber ja und jetzt so ein ding müssen müssen die bucherei hat er sich noch ein bisschen hat er die wagen hat man keine chance ja aber noch keine chance 8 zu 14 bombe digga du bist bombe du bist unsere du bist okay okay da hast du recht da hast du recht oh da kommt wieder einer da kommt wieder einer hat er immer wieder geglaubt da sind hier gar nichts weil es ist scheiß position wassergattenkitz wassergattenkitz ich hatte kassierende kommt 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 dass ein kopf faktor ist schon dieser hohen alter hohen so schon wieder einer ist irgendwo hier ist einer er will gerade gehen morgen nein scheiß kommt besser ab oh man er kommt auch schon wieder alter Ich laufe gerade dahin, schon wieder einer der mich anschießt. Unglaublich, Alter. Da sind zwei Missgeboten, Juh. Juhu, drei B-Hindies in einer Truppe. Oh nein! Scheiße, Juhu. Oh, was dachte er bitte schon jetzt? Ich schwöre, ne? Ich schwöre, Alter, was ist für Spaß? Ich schwöre, Alter. Ey, drei einfach verschenkte Kills. Siehst du? Scheiße. Ja, Jani, hier. Ja, es geht. Ach, ich hab angefangen, ne? Ja, die hast du angefangen. Ja, du hast zurückgeschlagen. Du hast zurückgeschlagen. Ja, du hast zurück. Ja, du hast auch nicht viel besser. Ist er da jetzt? Ja, ich bin wieder unschuldig hier, weißt du? Ich hab wieder nichts gemacht. Und der so blöd, Alter. Ja, ich hab wieder weg. Ich hab wieder weg. Ja, ich hab wieder weg. Ey, lol! Ey, lol! Leck von der Schnauze! Die Scheiße ist einfach damit schon die Arfillerie waren lang. Wir machen nichts! Alter! Wir sind... Alter, wir müssen B-arobern. Ja, äh... Oh, das ist aber ganz schön knapp. Ja, die Pistole, da kommt der... Ja, die Pistole! 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 Ach, komm! 91 getroffen! Okay, der ist tot! Deswegen kann ich mich vielleicht wiederbeleben, oder bist du... Ja, okay! Ja, okay, okay! Ja, okay, okay, gut! Aber ich nehme jetzt auch diese Automatico, Heidi! Komm, komm, komm! Automatico! Ohhhhh... Wohhh... Wohhh... Huch? Ach, wir sind wieder welche. Ohhhh... Hier ist schon wieder einer! Oh, hier ist schon wieder einer! Zack. Aber den anderen können ich eigentlich auch killen, aber... weil ich voll verkackt ist hier was war das ja irgendwie road kill of panther oh der war ein nice der war ein nice boah das war knapp auch wieder oh scheiß drauf ich muss das hier erstmal nach oh mein gott ich überlebe länger als du ja das ist klar du schaffst diese viel ich habe auf jeden fall nur vier türen und über 15 wie viele hier drin sind ich verstehe das nicht und bildung ist das wieder ach komm schafft er nicht 1915 bei mir gibt es eigentlich ganz okay ja ich bin hier gleich wieder tot oh panther ja den hab ich auch mal gesehen oh da hat er umgebracht ja da hat er umgebracht ja da hat er umgebracht jawohl ich hab Hilfe bekommen irgendwo ist hier schon einer aber ich seh den wieder nicht boah ich seh den scheiß ja man hat seine schüsse wieder guck mal wo sie sehn's hier die feinde alter ja guck mal da muss ein berg dahinten alter was erwartest du da ist einer oh fuck 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 da oben rechts ist einer oh 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 ich wollte ihn gerade töten ich auch das war aber richtig knappe partie ja endlich klassen rank 10 bei späher alter jetzt kann ich automatisch haben wir ich bin bei 18 bester trupp caeser mal gucken was unser team so geleistet hat ich glaube die meisten besser späher aber locker die meisten werden allerdings was sagen sagen sie 17 steven hat 18 18 ich habe 16 19 unser trupp boah ja wurde flagen 3 flagen verteidiger 5 flagen verteidiger 5 ja leute ich würde mal sagen das war's für diese runde war eine richtig lustige partie hier in montagrapp auf montagrappa und ähm ja ich würde mal sagen tschüss bis zum nächsten mal und ja danke tschüss ja 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 ja